Ja, man kennt ihn. Los, äh, los, Brudermus! Fabian, äh, Dings, äh, du kannst mitspielen, aber dafür brauchst du dieses Spiel. Böse Mädchen sind sexy, muss ich sagen. Hallo! Ich hatte tatsächlich schon mal ne 21-Jährige. Ja, schau, meine Schwester damals. Okay, Schlechtskrankheiten können böse enden. Also, ich, äh, bin ich jetzt fürs, äh, äh, ja. Auch wenn ich dir, äh, wenn ich das nicht machen würde, weil ich ganz genau weiß, dass du ein hinterlässiger Huso bist. Dabei tut weh. Ja. DJ De Sander ist auf jeden Fall, äh, DJ De Sander. Genau. Alles klar, man kennt ihn. Ups. Leute, seht ihr? Ich bin so krass, dass die mich hier komplett anhimmeln. So krass bin ich, Leute. Wenn das Ding ist, kommt das, was da aus dem anderen Loch rauskommt, weiter hinten, wo man sein Döns reinstecken kann, dann... Mit meinem YouTube-Money, das sich auf Null beläuft. Sieht man das? Ja. Ich find's grad interessant, dass es das erste Mal seit Monaten, dass wir beide mal wieder gleichzeitig auf YouTube zu sehen sind. Sag mal, warum bin ich kein Mod? Äh... 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 Excuse me? Ich bin auch kein Mod bei dir, ne? Also... Äh, 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 das ist ne Lüge. Ja, ich hab eine. Leute, wir haben Januar und es ist in diesem Jahr schon so viel krasses zu... Äh, Januar. Januar. Du mich auf. Wir haben fucking Februar. Wir haben den 2. Februar. Hä? Äh... Äh... Warte mal. Den 2. Nee. Bin ich dumm? Den 3. Ah ja. Auch nicht schlecht. Äh, expandiert oder Standard? Meine Fresse! Ich bin nicht reich. Merkt euch das. Unge ist reich. Ich nicht! Was? Ich träge gar nichts mehr. GERONIMO Ich bin so gut, Alter! Ich bin so gut! Hab ihm Headshot gegeben Hab ich jetzt auch beantragt, wo ich das gehört hab Oh, ist das schön Oh, ist das schön Oh, cool MasterGhostTV Statement zu Anime, Anime ist scheiße